Aus der Traditionsbrauerei Schlenkerler gab es in letzter Zeit nicht nur ein neues Bier, es gibt sogar ein zweites Bier. Was das für ein Bier ist, das verrate ich euch in sechs Sekunden. Ja, moin moin an Mendel, liebe Bierfreunde. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Neuigkeit aus der fränkischen Rauchbierbrauerei zu Bamberg. Und ich habe mich extra in fränkische Tracht gestürzt, um dieses Bier mit euch gebührend zu verkosten. Ich war einigermaßen überrascht, als es aus dieser doch sehr traditionsreichen Brauerei in relativ loser Folge jetzt zwei neue Biere gegeben hat. Das erste war ja die Weichsel, findet ihr hier auch auf dem Kanal. Und das heutige Bier ist die Erle. Das Konzept scheint dasselbe zu sein. Man hat das klassische Buchenholz gegen eine andere Holzhorte ausgetauscht und gibt dem Rauchmalz, das man ja in der eigenen Melzerei bzw. auch Räucherei herstellt. Einen ganz eigenen Touch und kann damit so ein bisschen die Welt des Rauchbieres noch ein bisschen erweitern. In diesem Fall, wie gesagt, ein Schwarzbier, was überraschenderweise mit 4,2 Volumenprozent nur daherkommt. Also relativ leicht, 11 Grad Plato sind aufgerufen und 25 Bitter-Einheiten. Die Erle in diesem Fall soll ein bisschen weniger rauchig sein, ein bisschen weniger Röstmalz wurde hier auch verwendet. Und ja, die restlichen Zutaten ergeben sich aus dem bayerischen Reinheitsgebot. Ich würde sagen, nach einem kurzen Blick hier noch auf den Kronkorken rücken wir diesen Bier dann auch einfach mal schnell zu Leibe. Über die Brauerei brauche ich, glaube ich, wenig zu verraten. Klassischer geht Rauchbier gar nicht mehr. Ich weiß aber auch natürlich, dass Rauchbier so ein bisschen die Geister scheidet, dass da viele von euch unterwegs sind, die sagen, nie, Rauchbier, das geht dann also mal so überhaupt nicht. Ja, eine schöne, bräunlich-schwarze Farbe. Es ist jetzt nicht ganz so blickdicht, dieses Bier, wie es vielleicht bei so einem ganz tiefen Stout sein könnte. Aber ein schöner beiger Schaum auch obendrauf, schon so eine leichte bräunliche Tönung. Ja, ich würde sagen, machen wir mal die Nase. Oh, also dass das hier weniger stark rauchig ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr rauchig, dafür nicht so speckig, wobei das Speckige auch schon dabei ist. Schöne torfige Noten auch, nussig, ein bisschen Karamell. Oh, aber das Rauchige steht schon sehr im Vordergrund. Wie gesagt, ein bisschen mehr torfig. Ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers! Ist jetzt tatsächlich in der Nase intensiver als im Trunk. Es kommt schön nussig daher, leicht torfige Nose. Rauchig, so ein bisschen Asche, Karamell, Speck und Schinken sind definitiv auch mit dabei. Aber eher so ein bisschen subtiler, nicht so vordergründig wie beim Original. Ein bisschen Karaffee. Es hat so diesen, ja, diesen aschigen Geschmack von ein bisschen Lagerfeuer. Es ist eher trocken, obwohl so eine leichte Lakritznote mitschwingt und hat so eine ganz subtile Süße noch mit dabei. Also ich finde es sehr, 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 sehr geil. Angenehmer, mittlerer Körper, sanftere Kohlensäure und eine, ja, leicht ölige Textur. Im Nachtrunk, die Bittere, die krumuliert sich wieder so ein bisschen auf. Ist gar nicht so sehr über die Röstaromatik, sondern ich glaube, hier hat der Hopfen dann auch so ein bisschen seinen Sagen. Insgesamt schön trocken. Schokolade, Kaffee und so eine, ja, angenehme Röstaromatik kommt rein. Schinken und Speck gehen ein bisschen zurück hinten im Nachtrunk. Ich muss ehrlich sagen, Schwarzbier und Rauchbier passt richtig gut. Wobei ich jetzt mir schwer tun würde zu sagen, dass dieses Bier, so wie ich jetzt in der Presseveröffentlichung von der Brauerei nochmal nachgelesen habe, um einfach ein bisschen vorzubereiten, dass das weniger rauchig ist, dass das ein bisschen weniger speckig ist. Ich glaube, wer damit nicht klarkommt, der wird auch mit dem Erle seine Freude nicht haben. Allerdings diejenigen, die Rauchbier mögen, die werden richtig viel Freude haben und da gehöre ich definitiv dazu. Deshalb gibt es von ProbierTV für die Erle 4,5 Punkte für das neue Schwarzbier aus der Schlenkerler Rauchbierbrauerei zu Bamberg. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss Papa, Servus, Prost und Metal Love. Cheers! Tschüss!